In den Aufzug rein. Was für ein Aufzug? Ich bin richtig? Ich bin richtig. Das heißt, ich bin ehrlich. Also bis jetzt fand ich, der beschissenste Boss, das war dieser, der den ich davor gemacht habe. Der war so richtig dumm. Der Miniboss war das mit den Fliegen. Wo du gesagt hast, dass du da nicht hingehst im Moment, weil du zwei Schläge brauchst für die. Nee. Wer bitte dann? Der mit der Klinge, die sich so gedreht hat. Genau der Geist mit der drehenden Axt warst. Also der fand ich so scheiße. Ich fand alle Bosse bis jetzt richtig geil und voll cool gemacht und sonst irgendwas. Aber der eine, der war so dumm. Der hat so einen Schmutz in der Boss. Da ist es, wie die Hahnappen State war. Der hat so eine Weise, die ich jetzt habe. Ich habe was ja auch am bellen Axt. Ich bin da so viel gut, wenn du da nicht, was ich nicht so verdone ich. Dann ist es, wie der eine Eine Reise zu sehen ist. Und das? Wer ist es nicht so schön. Ich weiß es nicht so. Nichts. Ich weiß es nicht. Das ist nicht so. Also ich weiß es nicht. Es war immer so schnell. Ich weiß es nicht. PANTERA? Ah, was für eine Überraschung. Ich bekomme nicht oft Besuch. Es ist so lange her. Eine Ewigkeit. Ich hoffe nur, meine Manieren sind nicht eingerostet. Ewige Emilitia. Du hast ohne Zweifel meinen Wohlstand bemerkt. Du hast es erfasst. Ich bin bekannt in der oberen Kaste von Heilandsnest. Naja, ich war es. Einmal bis diese Dummköpfe mich rauswarfen. Ich war es. Einmal. Hast du sie getroffen, meine ehemaligen Kameraden? Dass da draußen sind sie. Ihre Körper laufen geistesabwesend und leer umher. Und ich bin noch am Leben. Um ihren elenden Untergang mit anzusehen. Ah, ich bin so froh. Das Schicksal kann so wundervoll sein. Ist das Leben nicht wundervoll? Ja, finde ich auch. Diese Jene wird ohne Zweifel durch die Nägel der Stadtwache sein. Vorzeitiges Ende finden. Dich überlebe ich auch, kleine Larve. So wie alle anderen. Hm. So. Hatte ich hier noch irgendwas verprägt? Ah, da ist irgendwas, was Beseudertes. Nur wer seine Ehre im Kampf unter Beweis stellt, darf in diesen Hain eintreten. Links hoch, Walter. Ja, aber ich hätte gerne eigentlich eine Bank oder so. Gibt es denn nicht irgendwo die Bank oder so? Ja, ich hab's gemerkt. So. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Ja, ich hab's gemerkt. Und ich hab's gemerkt. Ja. 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 Ja, ich hab's gemerkt. einfach direkt noch einmal gemacht der den du gerade besiegt hast hast du in Hebel geschlagen da war vorher Säure die hast du ablaufen lassen geh einfach mit dem Schild runter bravo 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 auch eine fucking bank geht mir das nicht ohne bank das schild wurde von dem boss geschrieben da ist keine bank wie da ist keine bank alter das sind 400 kilometer was ich da laufen muss es ist zote der das geschrieben hat der verteidiger gegen die kill passt geil pick die säure so und hier geht es auch immer wieder zurück ok so mag ich einen möglichen könntest du das fleisch eigentlich und den salat damit ich es morgen essen kann dankeschön jetzt kann ich das gebiet eigentlich wieder verlassen oder nicht das ist jetzt so scheiße ohne die karte ich bin einfach ich bin einfach lost ohne die karte die säure Und den Dalat bitte auch. Dankeschön. Doh, Mensch, aber doch. Ciao. Genau, so können wir die Steppen. Jetzt gibt es Tram, wie ist das eigentlich, diese Bahnkarte, kann ich die dann oben auch verwenden oder geht es nur bei einem? Das ist ein Ticket. Ich bleibe es aufs Tiefen ist. Yeah. Die war ich auch schon. Hier, hier geht es noch. Komm her. Bienen? Wo? Hier drüben? Hier unten? Hä? Wo? Man sieht es, wenn man hinschaut. Der Schwarm. Und wieder Ferraria feststeckt. Oh, Maxi, schau mal, da bin ich früher. Ja. Ja. Jesus. Oh. Hier werde ich meinen Lieblings Charm bringen. Ich bin jetzt da. Hier ist es. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Hier. Bei Hera. Wer ist Hera. Ich habe Hornets schon ein paar Mal gesehen, wann kommt jetzt wieder eine Guini. ich muss da oben gute frage so, sieht doch voll schön aus doch, ich will auf ne Biene jumpen es kommt keine mehr nochmal raus wieder da fehlt mir noch was später ich will es trotzdem ausprobieren das geht doch nicht, oder? oh, ich glaube das geht ich glaube das geht da brauche ich in Ruhe hin ja findest du gleich mal dort allein und bereit zu spielen? ja das geht 3 Okay. Jetzt, ich weiß nicht, es gibt noch 5 Minuten weg.